So, auf jeden Fall, Chad, VfB XL, lautere Team, haben wir ja die WL gespielt. Du kannst ja gerne FCK nennen, ne? Hier werden wir nicht zensiert. Das Spiel will uns zensieren, aber hier sind wir frei zum Wurf. Nenn's ja FCK, komm. Obwohl vom FCK eine aktive Person nur drin war, muss man sagen, der andere Kollege so ein bisschen reingerutscht. Ich muss sagen, wir haben elf Siege geholt mit dem Team, sage ich euch ganz ehrlich, wir hatten schon Spiele oder WLs mit tausendmal besseren Teams, wo am Ende dann nur elf Siege dabei rumkamen. Komischerweise, wie das so bei FIFA ist, sind hier Karten drin, da kommen wir aber gleich dazu, die ein viel schlechteres Rating haben, sich aber tausendmal besser spielen. Und das finde ich dieses Jahr sauextrem. Ja, wie teilweise irgendwelche Pay-to-Win-Karten, die so teuer sind, die so geile Stats haben, aber die sich halt niemals so geil spielen. Ich würde sagen, wir fangen hinten mal beim Tor an und da muss ich schon sagen, eine 87 hat er gute Trapp, aber enttäuschend, sage ich euch, finde ich persönlich einer der schwächeren Torhüter. Ich sage dir ganz ehrlich, wir haben den reingestellt, weil wir dachten, boah, VfB hat nur eine Nübel, FCK hat jetzt auch nichts, also ein Nübelgeiler Typ, aber der hat halt keine geile Karte in dem Spiel. Wir dachten, ey, komm, Trapp war ja mal eine FCK. Gerade jetzt auch keine gute Alternative gewesen, eine Bronze-Karte. Aber ich sage euch ehrlich, gebe ich eine 4-Chat, das ist kein guter Torhüter, hält sein Ding so. Von mir ist sogar, ich sage es nicht mal kurz, für mich ist sogar eine 5-Digger. Ich fand den wirklich, ich fand den wirklich, wirklich bis jetzt einer der schlechtesten Torhüter, die wir hatten im Spiel, sage ich euch wirklich. Der hat so viel und gefühlt, er hat auch keinen Ball festgehalten. Jeder Ball, der irgendwie mittig kam, hat er sich fallen lassen, ist nach vorne abgeprallt. Da mache ich richtig Fitner gegen den Trapp. Der hat mir wirklich bei dem Team generell 0,0 gefallen. Ja, jetzt ist er noch so ein bisschen halt, kostet halt nichts. Weiß nicht, aber war nichts Gutes. Dann Außenverteidiger, der gute Kollege hier steckt noch in der Evo. Haben wir Mittelstatt, wir haben aber unsere Evo genommen. Viele haben gesagt, ey, nimm doch die Inform-Karte. Unsere Evo sah ein bisschen besser aus, auch mit dem Playstyle Plus. Ich muss sagen, Chad, für eine 84er-Karte mit den Stats, ich hätte wirklich gedacht, das spielt sich viel, viel schlimmer. Klar, du hast gemerkt, wenn da welche kamen mit dieser Athena, wenn da welche kamen mit der Graham und was weiß ich, da hatte der Mann Probleme. Hat er gekämpft. Ja. Hat er gekämpft. Aber er hat gekämpft wie ein Ehremann, ne? Aber der Typ hat halt eine 84. So, ich sage ganz ehrlich, dem gebe ich nur zwei. Der hat sein Ding gemacht da außen so. Das ist für das, ich meine, man erwartet da ja auch nicht dann, ne, so. Und er hat seinen Job gemacht. Ich sage, nicht nur, was man erwartet, sondern er hat seinen Job halt wirklich gemacht. Also, man hat schon gemerkt, dass er halt manchmal einfach an seine Grenze kommt. Deswegen ist er auch kein 1er-Kandidat. Aber ich meine, Tempo 90, Def 80, Füße 76, hoch, hoch. Ich gebe dem auch wirklich eine sehr, sehr solide 2, weil er wirklich, der war am Zahn der Zeit, der Mann. Der war am Zahn der Zeit. Plus, was auch da komisch ist, teilweise, ich spiele ja sehr viel Seitenwechsel. Klar, der hat harter Pass, aber komischerweise ist dem das nie passiert, dass wenn du einen Seitenwechsel, die 4x-Taste komplett durchdrückst, dass dann irgendwie die Flanke zum Stürmer in die Mitte reinfliegt, ja, und der Gegner ein Tor schießt. Komischerweise hat der hier immer die Flanken rübergebracht. Warum auch immer, ja. Wir hatten schon viele andere Kandidaten, die harter Pass Plus haben. Da hat es komischerweise nicht funktioniert. Und der hat es super gespielt. Genauso wie auch der gute Wagnermann, obwohl der ist jetzt, glaube ich, schon hochgelevelt. Der hatte bei uns 79, kann das sein? Ja, 79er Gesamtrade, Wagnermann. Ja, Chad, was erwartet man von einer 79er-Karte? Ich sage, auch hier, dem gebe ich auch eine 2, weil der hat als Teilweise mit seiner Rakete, Digga, der hat Meter gemacht. Hat der nicht sogar auch Tore gemacht nach Eckbälle, Wagnermann? Ja, guck mal, der hat 8 Tore. 8 Hütten gelegt, ne? Und 10 Torvorlagen. Und das für eine 79er-Karte, das müsst ihr euch geben. Auch der hat seine Pässe an den Mann gekriegt. Auch der hat die Flanken rübergebracht, ja. Obwohl der nix von beiden hat, nix hier harter Pass oder sonst irgendwas. Ne, deswegen, auch dem gebe ich eine 2. Er findet 79er-Karte. Plus, Kopfballstark, Robust. Das war halt wirklich, der war körperlich, war der einfach komplett präsent, ne, Wagnermann, ne? Dann Innenverteidigung mit Anton, der Maschine. Und hier mit Ito. Ich muss sagen, Ito mit seinem Waschbär hat sehr, sehr viel da hinten gerettet. Ito war top. Also, da sage ich ganz ehrlich, Chad. Ja, okay, 1 ist ein Van Dijk, aber man muss halt immer gucken, so, ne, im Verhältnis. Ich gebe dem aber auch eine 2. Eigentlich musst du dem dann vom Verhältnis eine 1 geben, weil der war krass, Chad. Der war einfach krass. So, da hat er hinten alles wegverteidigt, ja. Oder 1- kriegt er dann halt 2+. Aber, Digga, das ist eine 87er-Karte. Der war schnell, der war zweikampfstark. Mit seinem Waschbär hat er immer gut gestanden. Da gibt's gar nichts. Dem sind keine Bälle weggesprungen, so. Das war top. Der war wirklich, also, ich meine, jeder, der die WL verfolgt hat, bei uns, Ito war krass. Ich gebe dem auch eine 1-, ne, weil, wie du sagst, ne, so, ein Van Dijk müsste dann über eine 1 geben, quasi, ne. So, ich meine, natürlich, wenn du jetzt Ito mit Van Dijk vergleichst, aber in dieser WL, in den Umständen, mit dem Team, war Ito eine 1. Ich sage auch hier, auch mit Anton, ne, klar, du hast natürlich gemerkt, wenn jetzt Gegner kamen, die so ein Messi hatten oder einen Martinelli, die haben viel mit R1 gemacht, dann sind die an ihre Grenzen gekommen. Auch natürlich ein Anton mit seiner 78 Tempo, ne, muss man ganz klar sagen, Balance 70, da ist nicht viel da, muss man klar sagen. Aber, wenn ich jetzt wieder die IV vergleiche mit dem Team von letzter Woche, sage ich dir ganz ehrlich, haben mir die hier drin fast besser gefallen, so. Ich sage dir, so ein Anton, klar, gib ich nicht zwei, der hat seine 2-Kämpfe gewonnen, der hat sein Mann gestanden, 85er Karte. Wir haben ja schon gesagt, so, das Gefühl ist so, das könnt ihr auch gerne hier nochmal reinschreiben, dass diese Evo-Karten, dass die einfach geboostet sind. Dass halt wirklich die Stats, die da drauf sind, die sind gefühlt bei Evo-Karten wirklich einfach geboostet. Der war, der war auch wirklich sehr, sehr stark in Anton, ne. Klar, irgendwann kommt er an die Grenzen, ne, mit dem R1-Spammer, aber ich finde, die sind wirklich einfach geboostet, Digga. Eine 85er Karte guckt er die Stats an, du würdest keinen Eventspieler so spielen, ne. Nein, der hat 64 Antritt, also klar, kriegt er mit seinem Playstyle ein bisschen was drauf. Der war, der war stark, der war wirklich, der war stark, kriegt eine 2. Genau, Jungs, dann haben wir auf dem defensiven Mittelfeld, wir haben ja 4-4-2 gespielt, da stand einmal Ballack und der gute Marlon Ritter. Ich hätte wirklich gedacht, Chat, 84er Karte, das gibt eine Vollkatastrophe, sage ich euch, es gibt eine Vollkatastrophe. Ey, komm, wir stellen doch einen Ballack rein, der alte lautere Legende als Sicherheit. Aber, ich sag euch ehrlich, dieser Marlon Ritter, das ist eine Eins, Chat, der hat diesem Ballack so die Show gestohlen, das ist geisteskrank, Chat. Eine 84er Karte, zweikampfstark, abschlussstark, äh, dribbelstark, passstark, das ist krank. Der war wendig, ne, der war wirklich wendig und mit seinem Unerbitterlich in der Mitte, ne. Ich sag euch ehrlich, Marlon Ritter, jetzt keine Fanbrille, sondern, es haben auch einige reingeschrieben, so, ey, Marlon Ritter ist wirklich wendig, macht Spaß, ne. Und so war es auch. Er war wendig, er war zweikampfstark, es hat wirklich Spaß gemacht, mit Marlon Ritter zu zocken, hat echt, echt Laune gemacht. Ich sag dir ehrlich, jetzt würden da wieder alle schreiben, ja, hast keine Ahnung, kannst nicht spielen, Marlon Ritter war besser wie letzte Woche, David Beckham auf derselben Position, lege ich mich fest. Bin ich bei dir, bin ich auch bei dir. Der hat einen Pass an den Mann gebracht, David Beckham, komischerweise nicht, David Beckham hat sich bewegt wie ich auf dem Platz, ja, der hat sich bewegt wie Marlon Ritter. Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Besser, einfach besser. Und Ballack, sag ich so, der ist mitgeschwommen. Ich find, ganz ehrlich, bei Ballack, der ist nicht negativ aufgefallen, aber auch nicht positiv. Manchmal hab ich vergessen, dass wir den überhaupt spielen. Ja, der war einfach, der war einfach nur so dabei, ne, deswegen geb ich auch Ballack einfach so ne solide 3, weil ich kann mich jetzt, ich weiß nicht, hat der Tore gemacht oder irgendwas? Null. Drei Torverlagen, ich konnte mich jetzt auch nicht dran erinnern. Er hat einen Job gemacht. Ja, der war einfach mal Locher in der Mitte, der einfach Attacke gemacht hat, der mitgeschwommen ist. Ja, weil jetzt hier kommt Fernbrillemeister, bei mir, ich bin kein FCK-Fan, also ich brauch gar keine Fernbrille. Bei Marlon Ritter. Ich dachte sogar, alter, fuck, weil der 480er Karte, jetzt hab ich schon gedacht. Die Lauterang rum wäre, sorry, dass ich's so sag. Marlon, mach die Ohren. Ja, mach die Ohren. Warte, Marlon, warte kurz, warte. Nee, der war wirklich stark. Genau, Chad, und da geb ich mit dir, geb ich eine 3, hat seinen Job gemacht. Dann hatten wir hier Enzo Mio, der hat dann über den Flügel gespielt rechts und Führrecht hat links über den Flügel gespielt, da kommen wir erstmal zu Mio. Da haben viele geschrieben, Digga, absoluter Bullshit, ist ne Scheißkarte. Wo er seine Probleme hatte, dem hat so ein bisschen dieses körperliche Gefehlt, so dieses Durchsetzungsvermögen. Aber ich sag euch ehrlich, diese Karte kostet 11k. 11k. Und der hat mehr Wirbel und ich sag, der hat mehr Torvorlagen und mehr Tore. Weil Tore, weiß nicht, wie dieser Palmer, der 2 oder 3 Millionen kostet, der hat mehr Wirbel auf dem Flügel gemacht. Geb ich auch die 2 in dem Enzo Mio. Der hat seinen Job gemacht. Also ich, bei Mio, ich sag dir ehrlich, geb ich ihm die 3, aber auch nur, weil auf der anderen Seite halt eben den Chris Führrecht so abgeliefert hat, ne. 3 plus, ich geb ihm die 3 plus. Ich find, du hast schon einen riesen Unterschied gemerkt zwischen Führrecht und Mio, ne. Schief. Wenn Führrecht angezogen hat, ne, mit Technical und so, war das nochmal eine andere Nummer, wirklich, muss man schon sagen. Aber wie Simon sagt, also für 11k ist das jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich würd den Bray nie wieder zocken oder anfassen oder sonst irgendwas. Ne, ja, ja. Sondern der hat halt auf der anderen Seite viel, viel bessere Konkurrenz gehabt einfach. Aber der hat schlechtere Stats eigentlich, ist eigentlich auch nicht krank. Ja, eigentlich verrückt, ne. Aber ich glaub, da war halt das Ding, weil so ein Führrecht war oft, der da halt nochmal einen Ball zu über mehrere Stationen gespielt hat, weil ich geb Führrecht die 1. Der ist ein Leid, ja, Führrecht ist absolut ein 1. 1-Jet. Kranke Karte. 88er Karte geht wahrscheinlich, wenn die Stuggys hier so weitermachen, noch ein bisschen hoch. Heftig. Ich sag, da gibt's, diese Karte ist heftig. Der ist schnell, 2-Kampfstark, Dribbelstark. Das ist der perfekte Flügelspieler, sag ich dir ganz ehrlich. Hat sich gut durchgesetzt auch, ne. Also ab und an seinen Privatkampf gehabt mit Cafu über die Seite, ne. Ja, aber der hat sich wenigstens durchgesetzt gegen den Cafu teilweise. Also das ist wirklich eine absolut kranke Karte. Jeder, der die nicht abgeschlossen hat, könntest du, weiß ich nicht, ob ihr sie noch abschließen könnt, macht den. Das ist krass. Ich weiß nicht, Chad, was hat der gekostet? 85er, 84er Team, wenn ich's richtig weiß. So, könnt ihr mal einen Preis reinschreiben? Fand ich auch wirklich, Führrecht war wirklich top. Der war wirklich top. Und er geht noch hoch, wenn's gut läuft. Ja, bin ich bei euch. Und dann kommen wir zu unserer Doppelspitze. Da haben wir unseren Undaf gespielt. Guckt euch diese Werte an. 70 gespielte Spiele, 76 Tore, 26 Torvorlagen. Das ist ja unsere Evo von Undaf, weil die hat auch noch Raserei drauf. Undaf ist meiner Meinung nach völlig verkrackt. Nico Undaf, Kevin Undaf, Ingo Undaf ist meiner Meinung nach wirklich komplett verkrackter Typ. Wirklich. Das Schlimme ist hier wirklich bei dem, der hat einen Abschluss im 16er. Die fliegen alle rein. Und die Bälle fliegen so, wir sagen's ja jedes Mal wieder. Das ist, ich schwör's, das ist der beste Stürmer hier drin. Klar, gibt's nen Enelf und sowas. Aber Chad, es ist geisteskrank. Du denkst so, ja okay, absolute Müllkarte. Das ist heftig. Das ist einfach heftig. Im 16er schmiedet er wirklich eigentlich alles rein. Man merkt halt, wenn du halt außerhalb vom 16er mit ihm ein bisschen unterwegs bist. Okay, aber im 16er, Digga, da fließt Eis durch die Venen bei dem. Eins. Eins plus. Der schweißt alles rein. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Und ich muss auch sagen, hier, guck mal, Seru Girasi, Freunde. Wir hatten den ja schon mal gespielt. Der hat uns nett gefallen. Wir haben jetzt ja auch die Evo davor dann. Wir haben den ja dann nochmal in die Evo reingemacht. Den POTM haben wir dann in die Evo rein. Der andere war. Aber wir hatten einer, man hat auf Evo gezockt. Doch, wir hatten, der war. Das war doch diese Special-Karte von dem, oder? Ne, der war auch in der Evo. Haben wir den noch? Müssten wir, glaube ich, noch haben. Guck mal. Aber auf jeden Fall war der Girasi zehnmal besser. Das war hier, genau, das war der hier. Ah, ja, genau, genau, genau. Der war gar nichts. Also da musst du ja damals auch leider sagen, man hat immer viele sagen, Fernbrille. Das war ein Tank, der hat nichts gebracht. Aber das hier, Chat, also auch mit Raserei und diesem Magnet da vorne drin. Langsy, absolutes Biest, sage ich euch. War auch stark. Ich meine, man sieht sie auch, wenn man sich die Statistik anguckt von dem, ist ja auch wirklich top. 36 Spiele, 29 Magnets, 15 Vorlagen. Dem gebe ich die 2 plus, weil Kevin Unterf halt noch ein bisschen mehr am Start war. Bin ich auch bei dir. Und dann muss man auch sagen, Jungs, wir hatten noch ein bisschen was auf der Bank. Silas leider Totalausfall. Der Letzte hat echt weh getan. Es war ein Bruch mit Sili. Gomez, wenn der reinkommt, war leider gar kein Vergleich mit denen da vorne. Ache war ein Biest dann, als wir den auch noch auf 85er Evo gezockt haben. Der kommt ja auch Team of the Week, hoffentlich. Der war echt auch noch gut. Du hast mit dem, glaube ich, ein ganz entscheidendes Tor geschossen. Ansonsten war es hier gut. Manchmal kam Klose noch so ein bisschen rein. Das ist ja aber auch nicht schlecht. Dankeschön für die Subs. Dankeschön, Jungs. Ich sage euch aber ehrlich, Chat, da werden jetzt auch wieder viele reinschreiben, so ey, 11 Siege. Ich sage euch ganz ehrlich, diese 11 Siege mit dem Team haben mehr Spaß gemacht als WLs, wo wir 14 Siege oder sonst irgendwas geholt haben. Ich gebe diesem Team eine 9 von 10. Das hat einfach Laune gemacht. Bin ich auch bei dir. Laune gemacht. Hat Spaß gemacht, die ganze WL. Es haben ja auch schon einige reingeschrieben, so ey, habt ihr gar nicht geraged und sonst irgendwas, so. Die eine oder andere Niederlage hat auch wehgetan. Wir sind von 6-1 auf 6-5 gerutscht und haben uns dann wieder hochgekämpft, so. Hat wehgetan, aber ja, ich sage dir ehrlich, da sind wir dann gegen Gegner gekommen. Es war ja auch nicht so, die hatten dann die heftigsten Teams, so Teams, wo wir eigentlich immer spielen und da tat es dann halt weh, wenn du dann ein Best of R1-Suite. 4-3 verloren hast, weil halt jeder Schuss bei denen ein Treffer ist. Aber das hat Laune gemacht, du musstest kämpfen, du musstest konzentriert spielen. Du musstest dich reinbeißen. Es hat einfach Laune gemacht, sage ich euch. Es hat einfach Laune gemacht. Und ich meine, wir hätten ja sogar noch zwei Spiele, weil wer weiß es, wenn man dann vielleicht noch konzentriert fettig gespielt hat, dann wäre das auch 12-13 Siege vielleicht geworden. Und ich sage euch ehrlich, mit so einem Team ist das absolut geil. Absolut geil. Hat absolute Laune gemacht. Dümme Fötze der Woche. Kevin Trapp. Bin ich bei dir. Eindeutig. Für mich wirklich Überraschung der Woche. Marlon Ritter. Gehe ich auch mit. Hätte ich nie gedacht, dass... 80er Marlon Ritter wirklich übertrieben. Von der dümmen Fötze der Woche, was ich gedacht habe, was er wird, zur absoluten Überraschung. Da frage ich mich, wie funktioniert das, Chad? Dass eine 84er Karte bessere Stats wie einen Backlern hat. Gekauft für 350. Guckt euch das an. Bei dem VfN Zimbus Verein für Reich ist der oben im Eck gekauft für 350. Das ist krank. Ist das krank. Und da sehen wir wirklich mal, was eigentlich wirklich, was, auch wenn man ja EA oft, ne, wirklich wegflamet und hatet und sonst irgendwas, wie geil aber eigentlich diese neue Evo-Geschichte eigentlich wirklich ist. Das muss man ja, bei allem Negativen, was man immer sagt, muss man schon sagen, mit der Evo-Geschichte, dessen W, was EA da gemacht hat, dass du so Karten wie dann halt jetzt Marlon Ritter da einfach zocken kannst, ne? Das ist halt saugeil. Ich sag mal, okay, paar coole Stuttgart-Karten hätte man, aber man hätte auch teilweise, die da vorne hätten wir auch nicht, ja? Ne. Wenn man mal ehrlich ist, wir hätten die hier alle nicht, ja? So, also das ist wirklich sehr, sehr geil.